Sie sagen dann am Abendheben, wisst ihr was, schlaft ihr bei uns da, wir gehen morgen baden und wir haben uns gedacht, wie schön, morgen wellnessen, morgen cool, saunieren, alles drum und dran, das perfekte Paket. Dann sind wir da losgefahren und dann haben wir gedacht, das gibt es doch nicht, wo fahren wir hin? Dann fahren wir da so eine Schlucht runter und dann denke ich immer, da ist alles gefroren, da ist Schneesturm, minus 2 Grad, wo gehen wir bitte hin? Was wäre jetzt so, wenn man jetzt anfangen würde, wenn man da ist wirklich jemand draussen, der will sich das anzoomen, wie startet ihr am besten? Also wie du schon gesagt hast, wenn ich in die Dusche gehe, nochmal warm dusche und nachher versuchen wir zwei Minuten kalt. Das ist immer, immer weiter. Und wann kommt die Atemtechnik ins Spiel? Wie übt man die, übst du die unter dem Tag? Also ich würde generell empfehlen und auch, was ich von Büchern gelesen habe, ist die Atemsession, also Wim Hof beschreibt es, in der Früh auf nüchternen Magen ist sie am gescheitesten, am vernünftigsten. Und deshalb mache ich es auch immer so, dass ich meine Atemtechnik immer in der Früh nach dem Aufstehen auf nüchternen Magen mache. Ich reiße z.B. alle Fenster auf, wie ich schon gesagt habe, lasse mal frische Luft reinkommen und dann gehe ich wirklich aktiv, bewusst nehme ich mal 10 Minuten Zeit und mache meine Atemsession. Das ist das Beginner-Level. Und dann kannst du es z.B. so machen, wie ich es mache. Das ist, sage ich mal, eher das fortgeschrittener Level. Du hast die Möglichkeit, so wie ich, in den Achensee reinzugehen. Dann gehe ich konstant, jeden Tag, meine 5-10 Minuten in den Achensee. Da gehe ich dann noch tiefer drauf ein, um deine Frage noch klar zu beantworten, wie es für Anfänger ist, Beginner ist, weil das ist der springende Punkt. Also ich würde auf jeden Fall anfangen, mich einmal mit der richtigen Atmung zu beschäftigen, weil die Atmung immer, wir atmen alle, tagtäglich. Ja, super. Soll ich das im alltäglichen Leben machen. Natürlich, bewusst auf deine Atmung achten, weil wie viele Menschen kannst du, die Stress haben? Wie viele Menschen kannst du, die Kopfschmerzen, Migräne haben? Wie viele Menschen kannst du, die Bluthochdurcht haben? Ich kann da ganz, ganz, ganz viele Sachen aufzählen. Kommt zum Teil bedingt auch durch die falsche Atmung. Aber das macht man ja eher unterbewusst, oder? Das falsche Atmen. Richtig. Aber wenn man da bewusst drauf denkt und sagt, okay, jetzt, okay, da, Stress, 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 das muss ich machen. Das löst in unserem Körper genau negative Sachen aus. Und wir wollen das Ganze ja wirklich basisch halten, gesund halten und dass ein schöner Fluss ist. Deshalb ist es einmal wichtig, auf die Atmung bewusst zu achten. Und das kann man ganz einfach überprüfen, indem man einfach sich einmal bewusst hinhockt und einfach einmal... Bewusst atmet. Richtig. Einfach einmal tiefe Atemzüge nimmt, einmal stoppt, wie oft atme ich in der Minute. Ideal, sage ich einmal, wären zwischen sechs und acht Atemzüge in der Minute. Ich kann auf Anhieb sagen, dass es da draußen zig Millionen von Menschen gibt, die deutlich öfter atmen. Flach atmen, falsch atmen, zu schnell atmen. Also Tipp Nummer eins, einmal bewusst auf die Atmung zu achten. Tipp Nummer zwei, würde ich es wirklich mit der kalten Dusche machen. Dass du sagst, okay, ich gehe jetzt warm duschen, ach da schon auf meine Atmung, genau, und stelle die letzten zwei Minuten auf kalt. Und dann kommt das kalte Wasser und du atmest einfach ganz ruhig weiter. Also mir ist da immer der Atem stehen geblieben. Also ich habe es auch gemacht, im Fitnessstudio, das mache ich immer, zwei Minuten kalt duschen. Weil ich weiß ja auch, Sportler machen das oft nach dem Training. Wenn ich mir Ronaldo anschaue, der hat ja eine eigene Kabine, das machen sie mit Trockeneis, oder? Das ist ja wirklich eine richtig kalte Kabine. Wie wirkt sich denn das auf den Sport aus? Hat man da irgendwelche Vorteile, wenn man das nach dem Sport macht? Natürlich, es ist sehr regenerativ. Für die Regeneration absolutes Must-Have. Das bedeutet, du machst jetzt ein Muskeltraining und danach gibt es ein Eisbad. Und wieso, was hat man da genau für die Vorteile, oder wieso sollte man das machen? Die Regeneration, einfach... Die Regeneration von den Muskeln. Genau, der Blutfluss. Das Blut fließt schön in jeden Muskel jetzt in dem Fall rein. Und es kann sofort anfangen zu arbeiten, beziehungsweise es fängt an zu arbeiten. Dann würde ich sagen zum Schluss, jetzt geben wir Ihnen nochmal voll viele Tipps mit, wie Sie am besten starten können, was man genau machen sollte und welchen Vorteil das nochmal hat. Ganz kurz in ein paar Seiten erklärt. Super, machen wir, gehen wir hin. Also der beste Start ist, einfach bewusst auf die Atmung zu achten. Einfach da zu schauen, wie atme ich überhaupt. Für Beginner die kalte Dusche zum Schluss. Auch wichtig, auf die ruhige Atmung achten. Für Fortgeschrittene, die dürfen gerne ein Eisbad nehmen. Auch da ist wichtig, einfach auf eine bewusste Atmung zu achten. Im Wasser auf eine ruhige, tiefe Atmung zu achten. Und die kurzen Vorteile, was da noch sein ist, dass du erstens dein Immunsystem extrem stärkst. Du sorgst dafür, dass dein Blutfluss sauber ist, dass deine Organe schön funktionieren. Einer der schönsten Vorteile, warum ich das gestartet habe, das Argument, nie wieder krank zu werden. Und bis dato ist das einfach total exakt eingetroffen. Und wo ich davor einfach noch vergessen habe zu sagen, ist, wo ein kleines wichtiges Detail war. Das braune Fettgewebe. Was ist das braune Fettgewebe? Das braune Fettgewebe kannst du dir vorstellen. Gehen wir nochmal zurück. Kinder. Kinder, wenn sie auf die Welt kommen, haben extrem viel braunes Fettgewebe. Das kannst du dir vorstellen wie der Thermostat. Der innere Thermostat, der dich warm haltet. Was passiert? Kinder ab dem ersten Lebensjahr meistens haben so gut wie kein braunes Fettgewebe mehr. Warum? Weil ihnen viel zu viel angezogen wird. Weil sie ihnen viel zu warm angezogen werden. Und dadurch baut sich das wieder ab. Und was machen wir in dem Fall mit Eisbaden? Wir bilden wieder braunes Fettgewebe. Das sorgt dafür, dass du im Endeffekt den inneren Thermostat lenken kannst und steuern kannst. Dass ich konstant bleibe. Das sorgt dafür, dass ich zum Beispiel das ganze Jahr mit meinem Birkenstock unterwegs bin. Und es halte mich trotzdem warm. Und wenn mir zu kalt ist, dann achte ich wieder bewusst auf meine Atmung. Weil mit der Atmung kannst du alles wieder regulieren. Das ist krass. Anscheinend sind es ja wirklich sehr viele Vorteile. Das ist ja mega interessant. Vielleicht gehe ich mal mit mit dir. Heute habe ich es mir schon mal angeschaut, wie du Mario eingeschupft hast. Aber das war echt mal interessant. Deswegen machen wir es echt mal die Tage. Voll gerne. Nach dem Training gehe ich immer kalt duschen. Nachher bin ich ja so gesagt schon einmal die ersten Schritte habe ich schon gemacht. Packst dich ein. Jeden Tag in der Früh. Wir sind immer zu kalt. Und wenn man dann nicht mehr krank wird, ist ja gut. Weil früher hat die Mama immer gesagt, warum anziehen? Dann sind wir erst krank. Richtig. Das ist ja keinem Lied das Gegenteil. Deswegen ist es interessant. Auf jeden Fall. Probierst du es, dann spierst du es. Ich würde sagen, hey, das war mega interessant. Danke für das coole Format und ich bin gespannt, was daraus entstehen wird. Danke schön. Gerne. Dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. 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 Tschüss.